ja hallo und willkommen und genau hallo und willkommen zu meinem kleinen let's play ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander weil ich habe eben was gesehen und sage ich euch so ach das ist doch viel zu viel kommt das reicht doch wenn wir die dann nehmen ich wollte nämlich ganz besonders schlau sein und ja na toll jetzt haben wir viel zu wenig gut dann schmeißt ihn um ganz besonders willkommen natürlich sind wieder meine abonnenten das ist jedes mal das muss so sein wir haben immer eine kleine extra begrüßung verdient und ja so kochen jetzt der kaffee er kocht das ist gut moment so da ist ja ich habe beim letzten mal wie wir hier geguckt haben mist erzählt weil hier klar zerstört das gebiet hier klar zerstört das gebiet aber hier kein zerstörtes gebiet sondern ist er gelb ist er wüste das kommt mir sogar sehr entgegen so wir gehen jetzt erstmal hier ins zerstörte gebiet rein und arbeiten uns einmal richtung wüste vor weil in der wüste habe ich immer sehr viel glück mit federn gehabt und die kann ich jetzt wieder brauchen allerdings müssen wir gucken dass wir möglichst viele von diesen zerstörten gebäuden in der in dem zerstörten gebiet auch mitnehmen ganz einfach ist auch der braucht aber lang ganz einfach aus dem grunde weil wir viele sachen brauchen und ich wollte tatsächlich jetzt dann dort auch weil es auf dem weg liegt eisenträger mitnehmen da habt ihr ja gesehen das geht auch einfacher man kann sich einfach das album ab reinpacken und dann direkt auch dort raus dieses kreppmittel machen das geht relativ simpel und das album bringt immer noch ein bisschen mehr zum träger und ist schnell abgebaut deswegen da muss man auch nicht ins zerstörte gebiet rein wo natürlich die zombies warten deswegen hatte ich das beim letzten mal auf dieser art gemacht jetzt sekunde noch mal ja 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 irgendetwas stimmt heute nicht das heißt auch dass der kaffee sehr schön der ist fertig jetzt habe ich jetzt zwei kochtöpfe die ich nicht brauche ich habe weil ich eigentlich okay das haben wir das haben mal und los geht's ich habe mir den marker schon mal aus zerstörte gebiet gesetzt das war dort schnell ach das sieht schön aus ne auch sieht das schön aus ich liebe das herrlich das ganze noch schön am wasser ohne moment was machst du hier so wieso bist du hier du hund normal und kannst du nicht bitte schön erst nur und dann irgendwie laut machen oder so ich meine das will doch was ach so genau wo ich hier gerade das leder rausgeholt habe ich habe das leder was das ich habe keine pillen mehr gib mir lieber welche ich habe mir schon mal so ein paar lederklamotten gemacht ich habe so ein bisschen leder in der kiste gehabt das war noch nicht so besonders viel also ich habe jetzt ich habe eine biene ich brauche mein sledgehammer ich habe jetzt hier also hier so eine kleine weste und schuhe und handschuh teile das habe ich wohl rausgekriegt keine ahnung wo du bist interessiert mich auch nicht so komische biene ich will jetzt ins zerstörte gebiet so ist natürlich nichts drin ich war ja schon mal da und da ist wieder was drin und das hatte ich nicht übersehen ok nehmen wir auch wieder ein paar mit können wir nämlich brauchen können wir immer brauchen in der kiste habe ich auch nicht mehr so viel hier können wir sowieso brauchen ja wollen wir mal schauen ja dass das spitzhacker und so habe ich da jetzt auch noch mal repariert da war ja noch ein bisschen was dran und an dem repair tool an dem engländer und war noch ein bisschen beschädigt das habe ich auch noch repariert ja und da waren die dreifel auch schon alle deswegen habe ich jetzt auch wieder 60 in der tasche weil ich mir nämlich im barren rausgeholt habe und mir direkt auch wieder was nachgemacht habe man weiß ja nie wann man es braucht und meistens hat man gerade dann keins mehr wenn man es braucht und das ist dann immer doof ja genau ach ja ist das herrlich ja jetzt scheinen auf jeden fall die ruckeleien im griff das scheint tatsächlich nur mit der sichtheit und ausschließlich mit der sichtweite zusammen zu hängen habe ich das gefühl das ist schon interessant schade ich hätte das gern auf maximum sichtweite stehen gelassen einfach weil es schöner ist wieso ist das der aber der t der ist noch hier so dann wollen wir mal gucken was hier war ich schon okay ja ich weiß es okay wer von euch fühlt sich bei dem hintergrund hört noch mal ganz genau hin auch an freddy erinnert kennt er dennoch den kennt ihr bestimmt noch nightmare on elm street wie das gerade so los ging eigentlich kannst du mir gestohlen bleiben weil ich brauche schwestern und ich möchte jetzt nicht das bisschen leben was ich habe ich habe echt nur wenig riskieren wo wo ok hier irgendwo weil er meintal ich zu viel davon hat nicht mal direkt mit und da ist locker ich hab dich gehört im letzten moment du alter sagt du was ist denn das ein kriecher oder was ich muss mehr schaden austeilen das ist zu ja war doch ein kriecher was habe ich denn ich glaube ich habe öl mitgenommen das ist etwas was ich daran gar nicht brauchen können habt ihr keine krankenschwestern mehr irgendwie in der nähe kinder ist so und da kommt du jetzt mal her dann kann ich endlich den locker platt machen kommen ja du brauchst wieder eine extra wurst kriegst du ist nicht so wild und ich bin so deppert ich habe schon wieder den timer vergessen was ist denn heute los mit mir so jetzt kommt schott ist nicht okay was haben wir denn hier achten hatte ich beim letzten mal schon mal aufgemacht ja okay so das geht kommt halt doch mal beim ersten schlag um junge dame so viel zeit habe ich ja nun auch nicht ist ja so nein 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 schönen zack zack wo bist du sag wisst ihr was kollegen kommt man mit kommt man mit zweitmatig warte mal die nehme ich noch mit wo ich gerade hier bin da war schon wieder und ach du heilige ich habe ja den einen oder anderen fall den habe ich noch wo ist denn der doggy dog im letzten moment habe ich es noch gehört aber nicht schnell genug ach ja geht so ein shit verfluchter war das jetzt doggy dog das war oh je ich habe fast kein leben mehr aber ich nehme jetzt einfach mal so eine binde davon gibt mir auch ein bisschen leben ich hoffe das funktioniert und warum habe ich jetzt ok da bist du dich habe ich eigentlich gesucht du nuss kommt gibt es ein so gibt es auch ein und nur ein und ja so müsst ihr umfallen so ist das willst du so warte jetzt aber bitteschön äh das kann ich gleich mal wegschmeißen hier sind plötzlich wieder so viele leute habt ihr denn von heute nacht nichts gelernt ach komm her ja und weil es schön war und du willst natürlich nicht ist ja klar komm her und habt ihr mal ok du hast eindeutig zu lang ach so ich wollte den zumbien an weißt du was dich nehmen wir jetzt einfach mal bob hallo bob ich kann nicht denken ich möchte auch den namen den ich mir merken kann die schwester die braucht keinen namen die hat schon einen das ist dann äh frau schwierig die war ok warte mal ich höre da noch irgendwie was von der seite der hätte aber nochmal ganz schön angehüpft so ok ähm ja mit euch mädels dann muss ich mir echt noch was überlegen ja was bitte was machst du denn hier hinten alter das gefällt mir nicht warte mal ach nee jetzt musst du abdrehen du pfeife genau den nennen wir einfach mal francis das machen wir den spucker den nennen wir einfach mal francis zwei krankenschlüssel das ist schon mal sehr gut ja lass das hau weg und hau weg soll looten nicht machen nicht machen warte ähm hat auch nichts dabei gehabt was ich brauchen konnte alter das ist nicht nett fälter 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 nee er explodiert der blöde Hund ach ok warte mal den den können wir ja auch noch wenn wir schon mal da sind können wir den auch noch ähm ok jetzt versuchen wir es nochmal mit dem zerstörten Gebiet ich habe nämlich noch nicht gefunden was ich suchte und ich habe schon wieder nichts mehr zu fressen das ist nicht wahr was ich hier am hungern bin das bin ich so gar nicht gewohnt was allerdings muss ich zugeben natürlich auch daran liegt weil ich ja bis dato also in den alten vor den 10er patch hier auch immer die Erdwurfs anhatte das habe ich jetzt natürlich nicht die habe ich jetzt auch nochmal zusätzlich aus und da muss ich sagen doch das macht sich dann schon ordentlich bemerkbar ähm weißt du was hier Stickies und du mach dich mal so und du mach dich mal so und so und das ist zangsten jawohl da können wir auch nichts mit anfangen also hier nicht zum craften davon finden wir noch genug das ist der Grund weswegen ich die Dosen nicht direkt wegkräfte weil ich davon immer wieder welche finde und auch wenig Metall ist nochmal Metall also es ist okay ach da ist ein Rex hallo Rex Rex na also nicht wahr oh oh gefällt mir gar nicht oh ich hau ab das ist mir ähm wenn der explodiert und ich bin zu nah dran ach du bist nicht das was ich wollte weil um geh weg ja du bist auch nicht das was ich möchte geh weg so da ist auch nicht das was ich möchte ja das können wir schon mal alles mitnehmen aber das ist jetzt alles relativ das nehme ich halt jetzt nur so mit weil es halt gerade da ist nicht wahr auch nichts drin das gehört zum richtigen nütz ach ich hab einen Paint Killer sehr schön komm Futter da sind das sieht schon mal gut aus das sieht sehr gut aus das sind eine Menge zerstörter Dinger und da sind auch wieder Lockers das ist auch sehr gut ach nur nicht das drin was ich bekomme so Quatsch brauche ich jetzt gar nicht wo ist der Rest ich hab da noch mehr von diesem Quatsch gesehen nicht da ist aber nichts mehr drin ach so hier unten ist es drin ok weg damit Biene du kannst auch mal gerne zu mir kommen habe ich noch ein bisschen Honig gefällt mir auch ach noch ein Kaffee und ein Kochtopf vor allem was soll ich mit noch ein Kochtopf wenn ich jetzt noch einen Weaker finde dann erschlägt mich wer das wäre wirklich der Hammer so dankeschön und geh weg ich mach mich mal ganz kurz vom Acker dass ich dich auch erschießen kann bist du weg da hinten ist er ach verdammte Hacke kriege ich dich wo bist du ist er das ne gut aber das muss jetzt getestet werden da ist er nicht so hin und her bleib mal kurz stehen bleib doch einfach rechts sitz sitz mensch oder Platz aber nimm es wörtlich das wäre sogar noch besser ok den ich hab noch keiner das gefällt mir nicht das will ich nicht das möchte ich nicht das mag ich nicht gehen wir also mal in die Richtung gucken gucken ob da auch ein Rex ist das wäre sowieso die Laufrichtung was ich hier nein 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 Rex nein Pfui wo bist du tja gehst du mir wohl aus dem bist du Nase so ich hab da extra Kappe mitgenommen weißt du was komm her so wer nicht hören kann muss fühlen ganz einfach so ich wollte ja nicht ich habe aber ich hab doch extra Kaffee gemacht ich schlugen wir doch einfach mal ein können wir auch ein bisschen länger laufen wenn nötig ach auch nicht das was ich brauche ach komm her zack und krieg's noch ein komm jetzt ist aber gut hier älter ich hab einen roten Kopf ach das war dieses okay bin ich wieder beruhigt jetzt hab ich aber auch schon gedacht da wär schon wieder irgendein komischer Neukram drin den ich noch nicht kenn ja krieg's auch rein weil krieg's noch rein hast du vielleicht irgendwas mit was ich ne hast du natürlich nicht ach jetzt kommen mir so viele Duselköpfe hin geht mir mal weg Kinder ist auch schon wieder viel zu spät geht mal nach Hause geht ins Bettchen ah ok dich muss ich wohl verdammte Hacke ich will nicht ewig gestunt sein ah da ist er ach da war ich schon dran ok tschüss ich geh mich noch ein bisschen umgucken oh hat sich nicht gelohnt ach der ist auch leer da war ich überall schon warum war ich da denn überall schon ja ich weiß ich sollte eigentlich nach hinten ins zerstörte Gebiet rein aber ähm da war ich auch schon ich muss ein bisschen aufpassen weil ähm ihr seht's ne also ich bin ziemlich im Eimer und genau aus dem Grunde muss ich einfach ein bisschen aufpassen da führt kein Weg dran vorbei ich möchte nicht sterben so einfach ist das aber ich brauch unbedingt was zu futtern und ich äh wäre ganz froh über eine Shotgun perfekt wie geil ist das denn das brauchen wir nicht das hat gut getan das hat gut getan so ähm kann weg was na was ist das den Kaffee den Kaffee da wieder rein äh hier und das mach weg und weg jawohl kann dort hin wo ist so das hat sich ja falsche Waffe Lady ich hab noch nicht die richtige jetzt hab ich es das hat sich mal gelohnt super das ist alles wieder nur Käse hier da ist die Stadt komm nein 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 noch ein Käffchen noch ein Käffchen weil den Hund will ich jetzt nicht hier haben ich hab was ganz wichtiges in der Tasche so hier darfst du kommen hier komm Rex komm komm so gibts halt mal einen auf den Sack ich hab was ganz wichtiges in der Tasche und deswegen ähm egal was war jetzt vorhanden wir gehen nach Hause ähm wo geht's nach Hause da geht's nach Hause weil ihr habt's bestimmt gesehen ich hol direkt die Hau raus und dann pflanze ich an ich hab nämlich Kartoffeln in der Tasche habt ihr bestimmt mitgekriegt und dann geht's wieder zurück dann machen wir das gleiche Spiel nochmal von vorn so aber wir haben 21 Minuten rum ich weiß ich sag dir ich hab den Timer vergessen habe ich auch aber hier ist so eine Art Timer beim OBS also nicht so eine Art das ist ein Timer dummer ist nur der ist so klein dass ich den kaum sehe und deswegen will ich den an sich nicht haben so aber ich pflanze mit euch nochmal schnell die Kartoffeln an die Zeit die haben wir jetzt noch und wenn ich dann wieder alleine bin dann schmeiße ich meine Taschen alle leer das heißt ein bisschen was muss ich jetzt schon wegtun weil so ach das kann ich da immer umwandeln und da haben wir die die Kiste mit dem Bau kam und da haben wir die oh die wollte ich jetzt haben und weil es so schön ist bitteschön wir haben Kartoffeln was fehlt uns jetzt noch wir haben haben wir Blaubeeren ich glaube ja also Kaffee haben wir klar ähm ein Mais und ein bisschen Blaubeeren dann ja den Goldenrott hier aber den brauchen wir jetzt nicht anpflanzen da haben wir eigentlich wirklich genug von das ist Hoseviacke ach so brauche ich doch gar nicht ist doch alles noch fertig Kartoffeln ah wie schön gibt es wieder Backkartoffeln ich mag Backkartoffeln so dann haben wir das Thema auch durch oh dann haben wir schon wieder vier Gläser die aufgefüllt werden können das ist jetzt Hoseviacke und ja so gut Kinder wenn es euch gefallen hat lasst einen Dom hoch da und wenn ihr das erste Mal zugeschaut habt abonnieren nicht vergessen weil dann wisst ihr sofort wann die nächste Folge rauskommt es ist ja nicht nur dies hier wir haben ja noch die Kreativfolgen wir haben noch Opi Zockt Ego und das ist immer lustig könnt ihr euch drauf verlassen also von daher habt Spaß und ich hoffe wir sehen uns wieder bis dahin bye bye bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal